Was? Okay, der war geil. Herzlich willkommen zu FIFA 14! Heute im Community-Player-Spielen ist ja nicht. Gegen euch. Wir werden sowas von ablosen. Aber viel Spaß. Ich mein... Ich will jetzt gewinnen. Ich bin heiß. Du bist heiß. Ich bin nicht beleidigt. Dann bin ich beleidigt. Dann hasse ich denjenigen. Innerlich tust du das schon an. An deinen Augenbrauen, weil der Winkel sich so verändert hat. Wir werden in den nächsten Wochen für euch, weil ihr es euch gewünscht habt, FIFA 14 mit euch spielen. Auf unserer Facebook-Page gibt es dann Infos. Am Montag werden wir dann hoffentlich, wenn es klappt, mit euch nächste Folge aufnehmen können. Das heißt, schreibt uns fleißig auf unserer Facebook-Page unten eingeblendet hier nochmal eure PSN-Namen. Und dann enden wir euch und spielen mit euch. Und wem zacken wir denn jetzt? Willst du mit Dortmund? Ja, find ich gut. Und da ist er! Johann! 2-20-0-5! Und Johann wählt! Dortmund! Gäste 1 und go! Ah, Johann wählt! Den nimmt er? Deutschland? Nee, wie nimmt er? Elfenmeinküsse! Finnland, Frankreich, Griechenland, Indien! Komm schon! Mit Dortmund gegen Italien! Aber Italien ist ja gar nicht so gut! Dortmund macht die Ferne! Aber Italien ist deutsche Problemzone! Machst du eigentlich immer auch, wenn du spielst, dann am Anfang diese ganzen Taktisch-Dinger hier hoch und... Was? Ich mach weg, 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 alles weg! So, ich bin blau! Ein bisschen offensiv! Ich bin rot, ja! Sehr gut, dann müssen wir jetzt erstmal hier reinkommen! Und es regnet! Warum? So! Ich pass mal! Und schick mich! Ah, schick mich doch! Ja, hat jetzt keiner aufgeregt! Ich lauf doch! Schick! Und hier unten! Spielt Johann überhaupt mit? Ist da unten noch einer? Nein! Ah! Junge! Junge! Oh, Johann ist am tricksten! Johann schwanzst uns hier richtig aus! Ach du meine Güte! Halleluja, der Johann! Ähm, heftig rumschwanzen! So, jetzt aber! Jetzt kommt er! Hier unten, zack! Oh, meiner war gar nicht schnell genug! Hä? Bin ich sicher! Ja! Ich kann irgendwas gemacht, was ich gleich gedrückt hab! Mach mal! Egal, hat doch gut geklappt jetzt hier! So, und jetzt schick mich hier! Jawoll! Souverän! Und schick mich rüber! Ah! War schon weg! Darfst du den Ball nicht so weit vorlegen! Ja, tut mir leid! So, jetzt! Johann 22,05! Johann 22,05! Rückpass zum Torwart! Souverän! Weinfeller! Torwart des Jahres! War er Torwart des Jahres? Oder Neujahr? Hier unten! Torwart des Jahres! Was machst du? Ja, das muss ich jetzt hier nochmal genauer bedenken! Ah, der war aber auch riskant! Ja, das war no risk, no fun, you know! Richtig! Kann man von hinten wieder reingelaufen? Nein, wir spielen erstmal auf Safe, bisschen hinten rumspielen! So, zack! Gündogan, Gündogan, zack! Und Schmelzer! Jetzt lauf ich mal, jetzt lauf ich mal los! Richtig Barcelona-Style! Und jetzt kommt er hier in den Lauf! Ich lauf in die Mitte! Und jetzt warte ich gleich natürlich auf deine Flanke, aber nein! Du vertändelst den Ball da oben! Es ist nass! Die Bedingungen sind einfach so schlecht! Aber da holt er sich den Ball wieder! Und ich lauf weiter die Linie! Abseits! Fuck! Au, das war Marco Reus! Achso, sieht easy aus wie Marco Reus! Hat mich jetzt auch schon gelesen! Ey, du spielst bei FIFA mit, das ist ja knapp! Nicht schlecht, ne? Und ich bin nicht hier der Allerschlechteste! Marco Reus ist auch eine super Besetzung! Ja, doch, ist ganz nett! Lewandowski und Reus, also das ist ja wohl eine super Besetzung, mit der ich mich gerne vergleichen lasse! Du siehst doch nicht aus wie Lewandowski, Alter! Wie? Wieso das denn nicht? Hä, alle schreiben noch Lewandowski! Hä? Ich würd sagen, wenn schon Marco Reus! Ja, stimmt! Doch Lewandowski stimmt, stimmt! Doch, Lewandowski stimmt schon ein bisschen! Hier oben, schick! Ja, ja, ja! Ah, souverän geschickt, Mann! Und jetzt will ich unten in die Mitte... Ah, ich war zu kurz, sorry! Also ich war zu langsam, nicht zu kurz! Deiner war halt zu kurz! Kann halt nicht alles! Oh, jetzt ist meine Aufgabe, hier den Ball abzu... Oh, souverän, spiel hintenrum! Oh, 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 oh! Und arrogant, arrogant! Dieser Johann! Dieser Johann! Immer auf der Lauer! Und zack! Mitte unten am Start! Arrogantes Dribbling! Ah, abseits! Nicht spielen! Nicht spielen! Ah, ich mach abseits! Ah, ah! Ah! Oh, Hand! Das war aber Hand von mir! Vom Torwart? Nein, das war von mir Hand! Ja, da war keine Hand! Ich hätte sogar zugegeben! Aber Schied hat nichts gesagt! Schied hat nichts gesehen! Vorteil! Torkamera ist auch nicht da! Oh, das war nichts! Oh! Satz mit Dix, das war wohl nichts! Torwart raus! Gute Idee! Oh! Nicht ganz so gute Idee! Johann, Johann, Johann! Und arrogant, wie er ist, macht nur noch einen komischen Jugo! Nicht gegen Italien jetzt hier! Weg! Wegdrücken! Jetzt aber, komm! Voll Offensive! Jetzt aber! Jetzt wirklich! Du musst auch mal ein bisschen abspielen! Mach ich doch! Immer nur hier auf dem letzten Drück her! Ja, super! Und du verlierst den Ball! Das war ja Absicht! Das war ja Gag! Gag! Zack! Comedy! Mh! Unterhaltung! Mh! 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 Hier, souverän! Das ist nicht sein Ernst! Was?! Was?! Okay, der war geil! Leider schon! Johann, was bist denn du für einer? Oh, nicht schon wieder! Ist der 22? Wieso kommst du mit dem Torwart raus?! Hat doch gehört, dann war er super! Wir hatten vier Spieler da! Du musst den weg! Hab ich doch! Das ist so ein Reflexmähchen! Meiner war zu schwach! Ich hole ihn immer raus! Ich hole ihn immer raus! Jetzt hab ich ihn jetzt gecheckt! Ey, passt ja auch! Hier, und check! Ah! So war der! Mitte, 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 Mitte! Der läuft nicht! Bitte, Mitte, Mitte! Hol' dir wieder! Hol' dir! Ah! Fuck! Pass auf, weg den anderen! Ah! Gut, gut! Nee, doch nicht gut! Nee, doch nicht gut! Mh! Boah! Da springt einfach rüber! Ich glaub's ja nicht! Puh! Es ist gleich schon Halbzeit und wir liegen 2-0 hinten! Boah, das find ich nicht... Komm, lauf, lauf, lauf! Kann ich jetzt schon werfen? Ah, ich glaub schon! Oh, hast du gesehen? Wie arrogant! Arrogant verwenden wir ja sehr oft jetzt hier während der Fußroll! Und das während wir hinten liegen! Weiß ja, das wird nix! Schiri pfeift genau jetzt ab! Oh! Und das... Da! Genau jetzt im Konter! Weißt du, wir haben's halt schwer! Wir müssen auch währenddessen reden! Der Johann, der sitzt einfach nur davor und zockt! Muss am chillen! Der zockt einfach nur und macht... Und wir hier müssen seine Vidole... Wiederholungen immer wieder angucken! Ich will ein Tor! Ich will wenigstens ein Tor! Guck mal! Nicht für den! Für uns eins! Wir sind noch nett dabei! Dafür, dass der Johann da eigentlich... Weltrangliste mit dabei ist bei FIFA! So, weil der... Souveränner passt! Der kann den doch jetzt nicht abnehmen! Wag dich! Ne, ich bin Abseits! Warum läufst du denn auch... Warum läufst du denn so weit ins Abseits? Ja, um den zu verwirren! Um den zu verwirren! Dass du da nach unten passt! Du hast mich verwirrt! Guck mal, da unten ist doch der! Zu dem jetzt so passen müssen! In den Lauf! Zack! L1 und hier Dreieck! Aber nein! Immer nur... Immer nur den kürzesten Weg sucht! Aber jetzt komm! Du musst früher passen beim Leben! Nein, das klappt! Jetzt aber außen! Und jetzt will ich eine schöne Flanke in die Mitte sehen! Ja, das musst du vorher sagen! Ich dachte, du läufst noch mal kurz! Ja, wir müssen uns besser absprechen! Wir sitzen noch nebeneinander! Stimmt! Jetzt wird es ja... Oh! Oh! Pressing! Pressing! Dreck! Druck machen! Druck machen! Jawoll! Und in der Mitte! Abseits! Immer dieses Abseits! Ich hab den nicht mal gesteuert! Ich hab ja den anderen gesteuert! Kann ich's dafür, wenn der zu früh losläuft? Immer diese komischen Computer-Dinger! Ich glaub, die Playstation hat sich auch gegen uns verschworen! Der Schiedsrichter und... Jawoll! Hartes Pressing ist es! Und jetzt... Verlierst du einfach den Ball! Genau da war eine Latenz! Und dann passieren wir noch einen! Und dann haben wir alles erreicht, was wir erreichen wollten! Nämlich 13-0 verlieren! Ich geb meine Fehler gern zu, aber da konnte ich echt nix dafür! Ich hab den Ball angenommen und obwohl ich was gedrückt hab, ist nichts passiert! Wirklich! Isi, wirklich! Wirklich! Bist du dir ganz sicher, ne? Ja! Schau jetzt hier! Ah, jetzt hat Pressing! Hin da! Jawoll! Akkurate Schleife hab ich nicht gebunden, sorry! Keine Gefahr, keine Gefahr! Zurück! Und jetzt raus! Raus! Fuck! Das bin ich! Ich hab fast vergesst, dass ich das war! Sorry! Hä? Was ist denn mit dem Weidenfeller los? Ich dachte, der geht... Ja, 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 ja! Ja, ja! Hoch! Und der passt! Und jetzt will ich ne Flanke in die Mitte! Ich wollte dich doch da schicken, es war nett! Nur es war ein Abseits, ja! Oh, wir mit unserem Abseitsproblem! Ah, Italiener haben das schon gut raus mit der Abseitsfalle! Und er macht jetzt Zeitspiel! Ja, Zeitspielen, noch Auswechseln! Das glaub ich nicht, der kommt auch noch richtig gut an! Chili muss auf jeden Fall ne gelbe Karte wegen Unsportlichkeit! Das gibt's doch nicht! Boah! Kann man den aber auch in die Abseitsfalle tappen lassen! War nicht gewollt, aber... Alles bewusst! Von mir nicht! Von mir natürlich auch! Guck mal, in der Mitte steht frei! In der Mitte muss gedeckt werden! In der Mitte muss gedeckt werden! In der Mitte muss gedeckt werden! Oh, jetzt Weidenfeller endlich! Mach doch mal was! Und jetzt Pressing! Da steht ja überhaupt kein... Ja, man kann natürlich auch unten mal ab und zu auf die Karte gucken, aber das war auch richtig schlecht wieder! Ja, das war richtig! Das ist einfach der Regen! Ich bin's nicht gewohnt, im Regen zu spielen! Jetzt zack, schnell! Wir müssen jetzt schnell machen! Wenn der Regen ist, brech ich dann das Spiel ab! War das gut? War das gut? War das gut? Jetzt mach jetzt hier! Wir müssen jetzt... Wir kommen nicht raus! Hinten! Komm, in den Lauf! Jawoll! So will ich das sehen, Os! Ganz genau so will ich das sehen! Und jetzt kommt auch die Flanke, von der ich immer geredet habe! Siehste? Landet aber dann doch in der Ecke! Aber hey, wir haben unsere letzte Chance noch! Letzte Ecke! Und? Wird's was? Wird nix! Na, wird nix! Chance verballert! Drauf! Und... Schieß! So schnell kann man ja gar nicht schießen! Hoch! Und jetzt will ich eine Flanke in die Mitte sehen! Jetzt will ich eine Flanke in die Mitte sehen! Ich will eine Flanke! Einen Schuss! Und... Unsere letzte Chance! Elf Meter! Im Ernst? Ja! Der zeigt auf den Punkt! Komm bitte! Verschießen! Mach kein Backup! Nein! Ich trau mich nicht! Nee, du musst! Scheiße! Aber die ganze Schuld liegt dann nur bei dir! Oh Gott, der war sch... Ja! 3-1! Ja! 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 Und mit dem Reus! Alter, der war aber jetzt nicht so super souverän geschossen! Nee, der war total schwach! Wir haben unsere Erde, Deutschlands Erde haben wir aufrecht gehalten! Ja, indem wir 3-1 verlieren, sehr gut! Und mit einem ganz... Schau, wie arrogant der jetzt rumschwanzt! Guck mal! Komm jetzt machen wir noch kranke Scheiße! Was willst du machen? Guck mal hier! Guck jetzt hier! Komm noch ein Tor! Noch ein Tor! Schick mich! Schön! Schön, schön, schön! Und zack! Ah! In den Rücken gespielt! Es ist aus! Ah, ne doch nicht! Ne, aus ist hier noch... Nein! Ich spiel noch mal! Aber... Johann hat sich gut geschlagen, muss man trotzdem zugeben, wir sind Pferde verlieren. Johann, sehr gut gemacht, Aschlaus von uns! Das vor allen Dingen für das zweite Tor, das war geil! Das zweite? Das zweite Tor war richtig geil! Ja, das zweite war gut! Das dritte war irgendwie ein bisschen komisch, aber... Das war der Torwartschfehler! Regen! Handicap! Naja... Die nächste Community Blade wird es für euch auch noch FIFA 14 geben, das heißt, schreibt uns einfach auf Facebook eure PSN Addys und dann zocken wir mit euch! Genau! Aber nur wenn ihr schlecht seid, dann können wir auch mal gewinnen! Ja! Dann, wenn es keinen Regen gibt und so, wenn wir uns nicht beschweren können! Wenn es wirklich dann nur an uns liegt, aber naja... Dann bis zum nächsten Mal! Auf Workday! Ciao! Ciao!